Bonjour, bonjour. Mein Name ist Griffin Esterhazy. Ich bin zu Besuch in der Sommerresidenz Biarritz. Ah, sie machen ein Foto von mir. Es kommt nicht so oft vor. Napoleon und Eugenie haben uns eingeladen. Mich natürlich auch. Vielleicht so. Kaiserin Elisabeth ist mit großem Auftrag hier. Und natürlich darf ich nicht fehlen. Oder so. Es ist eine sehr wichtige, wichtige Reise. Ja. Ich würde Sie ganz gerne rumführen, falls Sie ein bisschen Zeit mitgebracht haben. Es ist eine wunderschöne Residenz. Leider in Frankreich. Na gut. Also, kommen Sie doch einfach mit. Also, dieser Boden. Hören Sie das? Hören Sie dieses Geräusch? Das klingt für mich wie, ich will es nicht aussprechen, aber das kann keine gute Qualität sein. Ich zeige es Ihnen nochmal. Also, für mich klingt das wie eine Kulisse. Und auch diese Mädchen sind doch nicht echt. Bonjour. Und dieser Baum, dieses Bäumchen. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Dann kommen Sie mal mit. Die Blumen. Wunderschön, die Kies. Wunderschön. Oh, ein bisschen trocken. Vielleicht müsste man sie mal gießen. Na ja. Hier. Da war Napoleon schon mit Eugenie und allen Gästen. Ich war natürlich da auch schon eingeladen. Wunderschön. Wunderschön. Hier. Vom Feinsten, vom Besten. Alles echt. Gut. Champagner gibt es natürlich haufenweise. Was sonst? Aber der Boden ist irgendwie ein bisschen komisch. Was ist denn hier passiert? Also, das habe ich noch nie gesehen. Was sind das für Schläuche? Kellner? Ja. Würd mich auch keiner mehr. Komisches Seil. Wer hat denn das gespannt? Das ist eine merkwürdige Zeit hier. Naja. Ich zeige Ihnen jetzt die Gemächer. Also, als erstes natürlich diesen wunderschönen Kaffeeraum. Da habe ich schon... Was haben Sie denn für eine komische Maske auf? Was ist das? Was ist das denn für ein... Darf ich mal... Moment. Oh. Okay. Das ist ja sehr... Ja. Merci, sagt er. Ja, ja. Merci. Au revoir. Klar. Eine wunderbare Bibliothek. Hier hat Napoleon schon... Wo sind denn die ganzen Bücher hin? Ah. Bonjour. Bonjour. Sie haben da auch das... Was ist das denn? Das ist das Telefon. L'Elefon. Das Telefon, ja. Kibbi. L'Elefon, ja. Kibbi? Oh. L'Elefon, Kibbi? Ja. Merci, merci. No. Jetzt widmen wir uns mal den schönen Sachen. Und zwar den Beinsalen. Ja. Das ist ein komisches Kostüm. Sowas. Aber sowas. Das muss irgendwie was Modernes sein. Ich habe keine Ahnung. Bonjour. Bonjour. Das hat auch noch Stil, oder? Wunderschöne Kleider, wunderschön. Meine Zeit. Oh Gott, was ist das denn hier? Ah. Das ist ein Fotokasten. Vielleicht ein Foto von mir? Also, ich meine, die Kaiserin verlangt nach mir, aber ein bisschen Zeit wäre schon noch drin. Also, na gut. Vielleicht später. wunderschöner Bein, ich habe hier schon getanzt, ich würde gerne mehr tanzen, aber in meinem Alter gehört sich das nicht mehr so. Aber ich kann alles noch. Ach, diese Leuchter, wunderschön, wunderschönes Gold aus... Komm, Herr Stein, Frankreich. Da ist alles ein bisschen anders. Das scheint echt zu sein. Gut. Das muss ein Tongerät sein. Ich fürchte, man setzt sich drauf und reitet los. Etikette muss ich wahren, Anstand wahren. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Das könnte eine... Vielleicht ein Laufreifen, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal reinsteigen? Oh. Überall komische Geräte. Das habe ich noch nicht gesehen. Das muss wirklich an Frankreich liegen. Diese Eugenie. Alles ein bisschen durcheinander. Aber Klarheit. Können Sie sich verschaffen, indem Sie uns streamen. Sissi 2 RTL Plus. Sissi 2 RTL Plus.